höre diese aufnahme nicht während du auto fährst oder maschinen bedienst höre sie nur wenn du ganz sicher entspannen kannst willkommen zu dieser meditation hallo hier ist uwe und ich danke dir dass du diese meditation eingeschaltet hast in dieser meditation geht es um deine geschichte wie entsteht die gefühlte geschichte von dir jeder mensch zeichnet unbewusst den verlauf seines lebens auf und interpretiert es in seinen gedanken und daran erinnert man sich das ist die geschichte während du tag für tag und moment für moment diese geschichte in deinem kopf entwickelt verwurzelt sie sich tief in deinem unterbewusstsein und das alles passiert dir unwissentlich und vollkommen mühelos die frage ist welche geschichte erzählst du dir selbst über dein leben und die nächste frage wäre ob dir diese geschichte gefällt nein dann lasse dir folgendes erklären du glaubst vielleicht dass all die entscheidungen die du triffst deine eigenen bewussten entscheidungen sind aber die wahrheit ist dass etwa 95 prozent der entscheidungen die du triffst vom unterbewusstsein her entschieden werden und solange du ohne mentaltechniken lebst wird der inhalt deines unterbewusstseins durch den kontext deines lebens bestimmt das bedeutet dass du dir deinen seins zustand ständig immer wieder neu bestätigst aus dieser nummer kommst du nur raus wenn du zu einem anderen wirst oder eben jemand der eine andere geschichte hat wie würde deine geschichte gerade verlaufen wenn du zufrieden wärst du weißt es nicht nun dann hättest du jetzt einen grund die einen stift und ein blatt papier zu nehmen und dir aufzuschreiben wie dein leben aussehen würde wenn es so wäre wie du es willst mache es ruhig einmal es lohnt sich wirklich auch für diese meditation wenn du in dieser meditation diese neue erstaunliche geschichte über dein leben erstellst wird diese geschichte buchstäblich zum leben erweckt da sie zu deiner neuen realität wird so gestalte deine neue geschichte in der weise dass darin all deine wünsche bereits erfüllt sind das ist dann dein neuer sein zustand und dein bewusstsein spiegelt es dir dann in deiner außenwelt entsprechend des resonanz gesetzes wie innen so außen um die besten ergebnisse zu erzielen höre diese meditation einen monat lang dadurch kann sich dann deine neue geschichte tief in dein unterbewusstsein eingraben alles beim einschlafen wenn du also bereit bist schließe deine augen entspanne dich und lasse uns beginnen erlaube dir nun tief zu entspannen während du dich auf meine stimme fokussierst lausche jedem wort und jeder bedeutung du lässt dich nun immer weiter sinken in deinen unbewussten geist hinein darum entspanne nun bei jedem ausatmen bis in den tiefsten zustand der entspannung lasse all die anspannung der muskeln deines körpers los und atme nun einmal tief ein und lass es wieder raus fühle wie dein körper nun die erste schicht von anspannungen entlassen hat lasse uns nun die absicht dieser meditation setzen konzentrieren wir uns auf das thema der neuen geschichte die du erstellen möchtest welchen teil deines lebens möchtest du nun aktuell transformieren oder möchtest du die gesamte geschichte ändern nun du kannst es so machen wie du möchtest wenn du einen teilbereich auswählst so kannst du natürlich auch jedes mal einen neuen teilbereich bearbeiten oder immer nur bei einem bleiben da bist du natürlich vollkommen frei entscheide dich nun für das thema welches du in dieser meditation bearbeiten möchtest welchen bereich deiner geschichte möchtest du ändern und nun atme diese absicht ganz tief ein und atme wieder aus lasse deine alltäglichen gedanken sich jetzt immer weiter ausblenden lasse sie gehen entlasse sie nun in das universum erlaube den gedanken einfach sich immer weiter aus zu blenden während dein körper sich immer wohler fühlt und auch dein geist sich immer mehr entspannt lasse jetzt einfach all die anspannungen in deinem körper los während du nochmals tief einatmest und wieder aus fühle wie all die anspannungen in deinem körper dahin schmelzen und wie du schon so tief entspannt bist und dich wunderbar wohl fühlst und dabei immer tiefer und tiefer sinkst du konzentrierst dich nur noch auf die musik und auf meine stimme und langsam ganz langsam sinkst du nun tiefer und tiefer in diesen wunderschönen zustand der absoluten entspannung entspanne dich nun mehr und mehr entspanne deinen ganzen körper entspanne deinen kopf entspanne deinen hals entspanne deinen nacken entspanne deine arme entspanne deine beine entspanne bis hinein in die zählenspitzen entspanne deinen com entspanne deinen im körper entspanne deinen hals und auf meine stimme entspanne dich nur noch auf diese musik und auf meine stimme Und langsam, ganz langsam singst du nun tiefer und tiefer in einen Zustand der absoluten Entspannung, immer tiefer und tiefer. Ich zähle nun langsam rückwärts von 5 bis 0 und mit jeder Zahl singst du noch tiefer, immer tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Zustand der absoluten Entspannung. 5. Du beginnst deine Atmung zu kontrollieren. Du atmest ganz ruhig, tief und gleichmäßig ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug, mit jedem Ton dieser Musik und mit jedem Wort, das ich sage, singst du tiefer und tiefer, immer tiefer in einen wunderschönen, angenehmen Zustand der Entspannung. Mit jedem Atemzug, mit jedem Ton dieser Musik und mit jedem Wort, das ich sage, singst du tiefer und tiefer und immer tiefer. 4. Du hältst nun keinen Gedanken mehr fest. 5. Lasse deine Gedanken einfach nur kommen und wieder gehen. 5. Du hältst nun keinen Gedanken mehr fest. 6. Du lässt deine Gedanken einfach nur kommen und wieder gehen. 7. Und immer tiefer und tiefer sinkst du in diesen angenehmen Zustand der absoluten Entspannung. 7. Und immer tiefer und tiefer, während du dich nur auf deine Atmung, auf diese Musik und auf meine Stimme konzentrierst. 8. Das Tor zu deinem Unterbewusstsein öffnet sich jetzt ganz weit. 9. Und dein Unterbewusstsein wird alles nun so aufnehmen, wie ich es sage. 9. Jedes meiner Worte wird sich tief und fest in deinem Unterbewusstsein verankern. 10. Du fühlst dich vollkommen wohl und du entspannst dich mit jedem Atemzug, mit jedem Ton dieser Musik. 10. Und mit jedem Wort, das ich sage, mehr und mehr. 10. Du lässt dich durch nichts stören. 11. Kein Licht, kein normales Geräusch und keine Berührung. 11. Nichts kann dich stören. 12. Du hörst nur noch auf diese Musik und auf meine Stimme. 11. Mit jedem Atemzug, mit jedem Ton der Musik und mit jedem Wort, das ich sage, singst du tiefer und tiefer, immer tiefer in diesem wunderschönen, angenehmen Zustand der Entspannung. 11. Mit jedem Wort, das ich sage, singst du immer tiefer und tiefer in diesem wunderschönen, angenehmen Zustand der vollkommenen Entspannung. 12. Null. 12. Du schläfst tief und fest. 13. Du hörst nur noch diese Musik und meine Stimme. 14. Nur noch diese Musik und meine Stimme. 15. Und du singst tiefer und tiefer. 15. Und jedes Mal dann, wenn du wieder in diesen wunderschönen Zustand sinken möchtest, wenn du ganz bequem sitzt oder liegst und wenn ich das Wort Schlaf sage, dann singst du automatisch noch viel tiefer, immer tiefer und tiefer in diesem wunderschönen, angenehmen Zustand der tiefsten Entspannung. 16. Du fühlst dich vollkommen wohl, vollkommen wohl, eingehüllt von wohliger Wärme und Ruhe. 17. Und während du immer tiefer singst, wird dein Unterbewusstsein nur noch meinen Worten folgen und alles aufnehmen, wie ich es sage. 18. Jedes meiner Worte wird sich ganz tief und fest verankern. 19. Und du spürst mit jedem meiner Worte, wie die von dir gewünschte Veränderung eintritt und du dich mit jedem Atemzug, mit jedem Ton dieser Musik und mit jedem Wort, das ich sage, immer wohler fühlst. 20. Entspanne dich nun mehr und mehr und während du immer tiefer singst in diesem Zustand der Ruhe und Entspannung, entstehen Bilder vor deinem geistigen Auge. 21. Und während du meiner Stimme nun weiter zuhörst, da konzentriere dich auf die gespeicherten Gedanken in deinem Geist und identifiziere und lokalisiere, wo die Erinnerungen deiner bisherigen Geschichte in deinem Geist gehalten werden. 22. Öffne deinen Geist und schaue, wer du bisher angenommen hattest zu sein. 23. Welche Erinnerungen steigen da auf, die dich als eine Person identifizieren? 24. Identifiziere die Geschichte, die du für dich selbst kreiert hattest. 25. Falle noch tiefer in die Entspannung und lokalisiere in deinem Geist, wo all deine Erinnerungen, deine Überzeugungen und deine Geschichte festgehalten wurde, während du deine aktuelle Geschichte identifizierst. 26. Und wenn du sie erfasst hast, dann erlaube dir selbst, all diese Erinnerungen loszulassen. 27. Erlaube dir sogar, die Überzeugungen loszulassen von dem, der du glaubtest zu sein. 28. Erlaube dir, die Geschichte loszulassen, die du für dich selbst erschaffen hattest. 29. Mit jedem langsamen Atem ein und jedem langsamen Atem aus entlässt du mehr und mehr von diesen Erinnerungen, 29. Entlasse all diese Erinnerungen jetzt vollständig. 29. Atme ganz langsam. 30. Langsam einatmen und langsam ausatmen. 31. All die alten Erinnerungen von dem, wer du warst, blenden sich nun immer weiter aus 31. Und du verlierst nun zunehmend deine alte Identität. 31. Du bist nun so entspannt. 32. Und du fühlst dich nun so wohl mit der Idee und du fühlst ein tiefes Gefühl von Befreiung 32. Und ein tiefes Gefühl von Erleichterung, während du all das loslässt, was du warst. 32. Lasse es einfach los, mit jedem langsamen Atem ein und mit jedem langsamen Atem aus. 33. Alle Erinnerungen blenden sich immer weiter aus, sind fast nicht mehr zu erkennen, 33. Gehen über in ein weites und grenzenloses Nichts. 34. Erlaube dir, dich noch wohler zu fühlen. 35. Erlaube dir, noch weiter zu entspannen. 35. Du kannst fühlen, wie der Teil des Gehirns. 36. Der die Erinnerungen beinhaltet, so leicht geworden ist. 36. Es ist so leer geworden, wie ein weißes Blatt Papier. 37. Es fühlt sich fantastisch an, die Fähigkeit zu haben, all diese Gedanken jetzt vollständig 37. Sie sind nun nicht mehr länger ein Teil von dir. 37. Sie existieren nicht mehr länger und sie definieren dich nicht mehr länger. 38. Und während du nun so tief entspannt bist, so tief in deinem Wohlgefühl am Schweben bist, 39. Da fällst du noch viel tiefer in diese Entspannung mit jedem Moment, der vorübergeht. 39. Es ist nun Zeit geworden, die leeren Teile deines Geistes mit deiner neuen Geschichte zu befüllen. 40. Es ist die Zeit gekommen, diese Teile nachzufüllen mit dem, was du jetzt bist, 40. Und wie die Situation deiner Lebensgeschichte nun in deiner wachen Realität aussieht. 41. So öffne nun dein geistiges Auge und schaffe den Raum für die Bilder deiner neuen Lebenssituation, 41. Die nun ganz leicht in deiner Vorstellung erscheinen. 41. Und zuerst fällt dir auf, wie du ein schönes, 42. Und wie du das in Leder gebundenes Buch bereits in deinen Händen sehen kannst. 42. Auf der Vorderseite steht die Entschrift 42. Meine Geschichte. 43. Und als du es aufschlägst, da siehst du lauter leere Seiten. 43. Seit die Erinnerungen aus deinem Geist gelöscht wurden, 43. Erscheinen die Seiten in diesem Buch vollkommen leer. 44. Aber nun kannst du diese Seiten befüllen. 45. Befülle sie mit Worten, mit Illustrationen und mit Bildern, die deinem Ziel entsprechen. 45. Mit der Geschichte und der Lebenssituation, die du erleben willst. 46. Beschreibe den Hauptcharakter. 47. Was ist das für eine Person, die du in Zukunft verkörperst? 47. Welche Fähigkeiten hat diese Person? 48. Wie sieht diese Person sich im Spiegel? 49. Wie ist ihr Gesichtsausdruck? 49. Wie ist sie gekleidet? 49. Wie ist ihre Körperhaltung? 50. Ist da zu sehen, wie wunderbar viel Selbstwertgefühl sie hat? 51. Wie stolz sie ist? 52. Wie viel positive Ausstrahlung sie hat? 52. Wie ist sie gekleidet? 53. Ich gebe dir ein paar Inspirationen für deine neue Identität. 53. Du bist reich. 54. Du bist gesund. 55. Du bist glücklich. 55. Du bist wunderschön. 56. Du bist großartig. 56. Du siehst gut aus. 56. Du liebst dich sehr. 57. Du bist du selbst. 57. Du bist wertvoll. 57. Du bist stark. 58. Du bist klasse. 58. Du wirst geliebt. 59. Du wirst bewundert. 59. Du bist dankbar. 59. Du bist erfolgreich. 59. Du bist fantastisch. 59. Du bist gut. 59. Du bist fähig. 59. Du bist mutig. 60. Du bist entspannt. 61. Du bist vollkommen unkompliziert und harmonisch. 61. Du bist ein wunderbarer Mensch. 61. Du bist klug. 62. Alles fällt dir super leicht. 62. Du bist intelligent. 62. Du bist ein Genie. 62. Du ziehst automatisch. 63. Du bist all das an, was du willst. 63. Du bist im höchsten Glück. 64. Alles, was du dir wünschst, kommt automatisch zu dir. 64. Du bist vollständig und ganz. 65. Du bist machtvoll. 65. Du bist durch und durch harmonisch. 66. Du bist liebevoll. 66. Du bist voll positiver Energie. 66. Du bist voll positiver Energie. 66. Du bist ein ganz toller Mensch. 66. Du erreichst all deine Ziele. 67. Du hast echten Wohlstand. 67. Du hast viele gute Freunde. 67. Du wirst geliebt. 68. Du wirst gefördert. 69. Du weißt ganz gut. 69. Du weißt ganz genau, was du willst. 69. Du bist ermächtigt, dein Leben zu kreieren. 69. Du kennst das Bild deiner Zukunft ganz genau. 69. Du bist vollständig bewusst. 69. Du bist ein Kind des Glücks. 69. Du bist unendlich dankbar für alles. 70. Du hast Selbstvertrauen und Charme. 70. Du bist nett und fürsorglich. 71. Du bist nett und fürsorglich. 71. Du bist wohlhabend und gesund. 71. Humorvoll und glücklich. 71. Dein ganzes Leben ist ein einziger Ausdruck von innerer Freude. 71. Gut, gehen wir zurück zu deiner visuellen Funktion. 72. Ist deine Geschichte in seinem Kern der Ausdruck von Wohlstand und Erfolg? 72. Oder ist deine Geschichte voll Romantik und eine Reise des Mutes und des Abenteuers? 73. Oder vielleicht all das zusammen? 73. Schreibe deine Geschichte jetzt. 74. Illustriere deine Geschichte. 74. Male sie mit jedem kleinen Detail. 75. Sieh jedes Detail, während du es kreierst. 75. Und sieh dich in dieser Geschichte mittendrin in deinen bereits erfüllten Wünschen. 75. Und fühle die Freude über dieses wunderbare neue Leben, welches du nun hast. 76. Sieh es ganz lebendig und real. 77. Dies ist deine neue Geschichte, dein neues Leben. 77. Verbleibe nun für ein paar Momente in dieser Vorstellung und lasse es in dein Unterbewusstsein sinken. 77. Und spüre die Freude darüber, dass dein neues Leben bereits die absolute Erfüllung deiner Wünsche abgeschlossen hat. Musik Du siehst es ganz deutlich. Wunderbar. Du kannst dir dies auch tagsüber immer wieder vergegenwärtigen. Vielleicht so fünf bis acht Mal am Tag für ein bis zwei Minuten. Damit geht deine Visualisierung immer mehr in dein Unterbewusstsein. Fühle dich stets so, als hättest du bereits all das bekommen, was du haben willst. Und während du also deine Geschichte visualisierst, da wird dir immer mehr klar, dass das Einzige, was deine neue Realität wahrmachen kann, die Gefühle in dir sind. Du musst es fühlen, wie es ist, in dieser neuen Geschichte zu leben. Sieh es und fühle es nun. Es passiert gerade. Fühle das Lächeln auf deinem Gesicht. Fühle die Freude. Fühle die Liebe in deinem Leben jetzt. Fühle das Abenteuer. Fühle den Erfolg und die Errungenschaften, die du erreicht hast. Was auch immer du fühlst, du weißt, dass es sich erstaunlich anfühlt. Also fühle es nun. Sieh es und fühle es. Es passiert gerade jetzt. Wisse, dass du immer wieder zu diesem Buch zurückkehren kannst. Mache weiter, um deine Geschichte zu entwickeln. Oder einfach, um das unglaubliche Abenteuer neu zu erleben. Aber für jetzt lasse einfach los. Schließe das Buch und entlasse es zurück in das Universum. Es wird deine neue Realität. Lasse es los und erlaube dir einfach einzuschlafen. Lasse es gehen und entspanne. Lasse es gehen und schlafe ein, während du die folgenden Affirmationen über dich gleiten lässt. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will, und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben mit Glück und Erfolg. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Meine Geschichte ist gefüllt mit Sinn und Zweck. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben. Ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Ich wähle, glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle, es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle, das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will, und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben mit Glück und Erfolg. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Meine Geschichte ist gefüllt mit Sinn und Zweck. Ich bin erfüllt. Ich wähle, glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle, es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich bin so dankbar für all das, was ich will. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben mit Glück und Erfolg. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Meine Geschichte ist gefüllt mit Sinn und Zweck. Ich bin erfüllt. Ich wähle, glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle, es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine Geschichte ist meine Realität. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Meine Geschichte ist gefüllt mit Sinn und Zweck. Ich bin erfüllt. Ich wähle, glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle es, tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will. Ich visualisiere, was ich will, und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben mit Glück und Erfolg. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Meine Geschichte ist gefüllt mit Sinn und Zweck. Ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Ich wähle, glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle, es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Ich wähle glücklich und gesund zu sein. Ich wähle glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben mit Glück und Erfolg. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Meine Geschichte ist gefüllt mit Sinn und Zweck. Ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Ich wähle, glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle, es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine Geschichte ist meine Realität. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will, und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben mit Glück und Erfolg. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Sinn und Zweck. Ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Ich wähle glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine Geschichte ist meine Realität. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will, und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben mit Glück und Erfolg. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Meine Geschichte ist gefüllt mit Sinn und Zweck. Meine Geschichte ist gefüllt mit Sinn und Zweck. Ich bin erfüllt. Ich wähle, glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle, es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine Geschichte ist meine Realität. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will, und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Ich wähle glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Meine Geschichte ist gefüllt mit Sinn und Zweck. Ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Ich wähle, glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Ich wähle glücklich und gesund zu sein. Ich wähle glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will, und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben mit Glück und Erfolg. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Meine Geschichte ist gefüllt mit Sinn und Zweck. Ich bin erfüllt. Ich wähle, glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle, es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine Geschichte ist meine Realität. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will, und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben mit Glück und Erfolg. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Sinn und Zweck. Ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt. Ich wähle glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle es tief und innig zu lieben. Und ich wähle es tief und innig zu lieben. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben mit Glück und Erfolg. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Meine Geschichte ist gefüllt mit Sinn und Zweck. Ich bin erfüllt. Ich wähle, glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle, es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine Geschichte ist meine Realität. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will, und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben mit Glück und Erfolg. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Ich liebe mich selbst und verdiene große Dinge in meinem Leben. Ich wähle glücklich und gesund zu sein. Ich wähle glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich in allem, was ich vorhabe. Ich habe die außergewöhnliche Kraft, mir all das zu manifestieren, was ich will. Ich visualisiere, was ich will und ich empfange es. Was ich sehe und fühle, das werde ich unvermeidbar in meiner Realität erfahren. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben des Wohlstandes. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben der Liebe. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben mit Glück und Erfolg. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Meine Geschichte ist gefüllt mit einem Leben voller Gesundheit und Fitness. Ich bin erfüllt. Ich wähle, glücklich und gesund zu sein. Und ich wähle, es tief und innig zu lieben. Ich bin so dankbar für all das, was ich habe und all das, was ich empfange. Meine Geschichte ist meine Realität. Meine neue Geschichte ist meine Realität. Ich habe mir die Geschichte erschaffen, die mich erfüllt. Ich habe mir ein erstaunliches Leben erschaffen. Ich manifestiere immer, was ich will. Und ich fühle das Glück und die Dankbarkeit in mir. Ich bin grenzenlos. Ich bin zu unglaublichen Dingen fähig. Ich lebe in der wundervollen Welt meiner Kreationen. Ich bin es wert, die ganz großen Dinge zu haben. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich wollte. Ich habe mir genau das manifestiert, was ich begehrt hatte. Und nun habe ich alles, was ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin reich und wohlhabend. Ich bin gesund und glücklich. Ich bin erfolgreich und zuversichtlich. Und ich liebe den, der ich jetzt bin. Und ich bin ganz neu. Ich habe mir eine wundervolle Geschichte erschaffen. Die Welt unterstützt mich mit allem, was ich möchte. Ich habe mir genug hineint, wird es mit allem movie, Amen. Amen.